Hallo, heute geht es mal um ein Thema, was mich tierisch nervt ein bisschen. Und zwar geht es um diese Ratgeber für Frauen. Meistens sind das ja Ratgeber für Frauen, die, wenn ich sowas dann schon lese vom Titel her, und letztes war im Radiointerview hier mal eine Frau, die hat von persönlicher Entwicklung gesprochen. Ich finde, persönlich entwickelt man sich sowas überhaupt nicht. Und zwar so Bücher wie, haltet mal, ich habe hier gerade so eine Broschüre, oder so ein Arbeitsszenen. Solche Bücher wie, Flirten, wie wirke ich, was kann ich sagen, wie spiele ich mit meinen Stärken. Oder auch, so verlieben sie sich richtig, wie man seinen Traumpartner sucht und findet. Oder auch sowas wie, Glow of Attraction, Liebe. Das Geheimnis der Anziehung in Liebe und Partnerschaft. Ey, wenn ich sowas höre könnte, da geht mir echt die Hutschnur hoch, wegen so einem Scheiß, ey. Weil, das Problem ist ja, also, die sind ja meistens ans Frauen gerichtet, und Frauen kaufen sich diese Bücher, weil sie denken, da wird ihnen geholfen. Nicht wahr? Das Problem dabei ist erst einmal, dass diese Bücher, die Leute, die sie kaufen und nicht kennen, diese Leute sind aber Individuum und diese Bücher können auf die individuellen Probleme dieser Leute nicht eingehen. Das sind alles allgemeine Hilfestellungen, allgemeingut. So Regelwerk, Regelsprüche, die man anwenden kann, zumindest kann man es versuchen, wo man einen gewissen Effekt erzielt. Aber dieser Effekt ist doch nur kurzweilig. Erst einmal geht es in diesen Büchern um Dinge, die eigentlich aus dem Inneren herauskommen sollten. So Fähigkeiten, Interessen, Kreativität, Ideen, die können einem nicht so nahe gebracht werden, weil man ja eine eigenständige Persönlichkeit hat. Und eigentlich sollten bestimmte Dinge, wenn ich sie will, aus mir selber herauskommen und ich sie auch selber hinbekommen. Weil wenn man dann die Dinge einfach so nachspielt, also nachmacht, wie sie in diesen Büchern stehen, darf man nicht vergessen, dass es die persönliche Grundierung dafür dann nicht gibt. Es kommt nicht aus der Persönlichkeit. Und somit macht man das halt eigentlich nur, weil es in diesen Büchern steht. Und das kann auch sein, dass es ziemlich roboterhaft wirkt und unerwürdig dann rüberkommt. Und man sich wundert, warum funktioniert das nicht? Also das ist so abgetrennt. Und das, was in den Büchern steht, von der eigenen Persönlichkeit, das ist doch stark getrennt voneinander. Denn wenn man krampfhaft etwas versucht, aber es nicht bekommt, sollte man sich vielleicht auch die Frage stellen, will ich das überhaupt? Und viel wichtiger ist die Frage, wer bin ich? Wenn ich nämlich die Frage nicht beantworten kann, wer bin ich, was will ich? Weiß ich nicht, was ich will, weiß auch nicht, wie ich es bekomme, trete jedes Mal in die Tretmine und bin dann gezwungen, so ein Bücher zu kaufen. Es stellt sich nämlich die Frage, wenn jemand solche Bücher kauft, so ein Ratgeber flirten, wie kriegt den richtigen Partner, obwohl es den richtigen Partner gar nicht gibt, wer erzählt denn sowas noch? Es stellt sich nämlich die Frage nach der Reflexionsfähigkeit solcher Personen, weil ja anscheinend, könnte man ja sagen, dass wenn solche Personen solche Bücher lesen, also auf sowas angewiesen sind, sage ich mal so direkt, scheint es ja mit den selbstreflektorischen Fähigkeiten nicht weit hergeholt zu sein. Denn das sind eigentlich Fragen, die man sich selber nur beantworten kann. Das kann kein Außenstehender beantworten. Das muss man selber tun. Und meine Psychologielegerin, um noch eine Autorität hinzuzufügen, hat gesagt, diese Traumdeuterbücher, die kann man eigentlich vergessen, weil das sind auch allgemeine Traumdeutungen, Symbole, die auf das Individuum, weil ja Träume spiegeln ja das individuelle Leben wieder, das ist nicht anwendbar auf die einzelne Person. Das ist eigentlich nur dazu da, Geld zu verdienen. Und geholfen wird einem nur kurzweilig, wie auch immer, weil zumindest die wahren Probleme, die echten, tiefer sitzenden Probleme, werden nicht bearbeitet. Da werden nur Symptome ein bisschen schön gemalt, oder wie wohl man das immer sagen möchte, weil ja halt, wenn ich ein Problem habe, habe ich das Problem und muss mir selber die Frage stellen, wie kann ich das lösen? Und kann ich irgendein allgemeines Buch kaufen, wo dann so Allgemeinwahrheiten drinstehen, wo ich dann vielleicht auch mal selbstreflektorisch fragen muss, bin ich das, der da drinsteht? Trifft das auf mich zu? Und ich habe in einem Buch gelesen, dass wenn innere Regelwerke oder innere eigene Ideen fehlen, müssen es äußere hin, wie zum Beispiel die Wohnung nach dem Ski ausrichten, dass die Energie fließt, sowas. Also es müssen äußere Einflüsse her, wenn innere eigene, sagen wir mal, Regelwerke oder Einstellungen zu sich selber fehlen. Also, ich beende das Video, das sollte noch kurz sein, weil ich diesen Rotz hier schon wieder gesehen habe, Entschuldigung, dass ich das Rotz jetzt verwendet habe, das ist mir nur rausgerutscht. Ich glaube, solche Bücher widersprechen auch der Grundhaltung echter Psychologen eigentlich, die wissen, dass jeder Mensch ist ein Video, jeder hat einen individuellen Lebensweg und solche allgemeinen Wurstblätter. Ich entschuldige mich nochmal. Tschüss.